Wir müssen auf die andere Seite kurz irst, dann war Dieter Naga. Ah, ist er ja schon da? Ach ja stimmt, wegen dem Mod, der in Dieter wohnt. Leck nicht, bitte! Irgendwie hat Fraps Probleme mit 64-bit. Auf dem alten Pelze hatte ich keine Probleme zu machen. Der war noch 32. Ich kann das Buch nicht nehmen. Das blöde Buch. Wieso macht man die da unten drin? Ich werde euch brennen gehen. Ah, machen die Schatten. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Ja, die Gegner werden jetzt extrem stärker. Das sieht man. Ähm, Redekunst. Ja, ich weiss es. Ich weiss es. Ich weiss es. Nein, ich weiss es. Ich weiss es. Das sehe ich doch immer so spät. Redekunst. Mann, wieso verlier ich hier immer so viel leben, dann gehts nur. Ich werde euch brennen sehen, glaubt ihr? Nicht du, ja toll, ich hab nicht so lange Asehole da, ich muss, ich treff, wo geht ihr hin, geht hoch, ja die sterben nicht, das ist gut so. Kopfspalte, Schulterknacke, dieser Ton, der kam, heißt, dass wir dieses Gebiet abgeschlossen haben? Abgeschlossen hast du einfach alle Gegner getötet, glaub die Gegner spawnen nicht mehr so schnell, aber da wir sowieso nur alle 30 Tage oder so mal vorbeischauen, vielleicht ist es ja egal. Jetzt müssen wir noch hoch, bei beiden Türmen. Kleidung brauchen wir natürlich nicht. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Weit. Oh, das ist ein Detail. Ähm, ist da nicht die Ding für mich? So, danke schön für das Schleppen. Ihr geht vor, ich folge. Wir brauchen wir natürlich nicht. Hat nicht mal einen Wert. Der schwarze Pfeil, das ist wahrscheinlich Bogenkunst. Ah, Schießkunst mehr. Hier war doch noch etwas. Was? Was war da? Irgendwer das A hinter der Treppe. Ah, das ist gar keine Piste. Oder fast. Oh man, nein, 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 nein. Na, spinnt. Hier war doch irgendwas noch. Ja, genau. Ja, genau. Einen Eisennagel. Nein, der Krohnt wurde. Cool. Ich bin der Duals. Meiner. Da. Ich bin der Duals. Ja, nein, nein. Da. Ich bin der Duals. Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein. Jetzt gehen wir hier hoch, kurz hier noch. Haben die eigentlich heißen, die Karaten? Schöne Küche. So und hier? Nichts. Also, da gehen wir weiter. Einen Stahlpfeiler. Na, und auch mit. Also, gehen wir zurück. Kochen uns hier ja. Was wir wahrscheinlich nicht können. Ich habe ja gelesen, mit Auge. Wie bei Indiana Jones. Der Tempel ist bloß. So, das ist ein Schade. Da ist so klein bei mir auf dem Beach, viel zu hohe Auflässern. Aber es sieht so genial aus auf meinem Beach. Hier oben ist ein Riesenlager, gehen wir aber noch nicht. Sie sehen sowieso immer gleich aus. Sonst sind sie entzürnt wegen unserer Anwesenheit. Weil sie lieber allein sein würden. Und ja. Das ist ein Riesenlager. Das ist ein Riesenlager. Das ist ein Riesenlager. Das ist ein Riesenlager. Das ist ein Riesenlager.